Hallöchen, da sind wir wieder bei Homescapes. So, was müssen wir heute machen? Coole Fernsehen. Oh, ein neuer Tag. Erstmal starten. 26 Kirschchen. Oh nein, nur so oft geteilt. Oh je, oh je. Was ist denn da drauf? Mit Keksen. Ein Keks. Jetzt schafft es nicht die Kekse zu stören. Das drauf, halt dann. Das ist ja echt hart. Das ist ja echt hart. Hm, 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 hm. Jetzt muss man so die Kekse. Uje, uje. Keine Ahnung, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Weiss. Okay,clise. Das ist ja noch ein Kleiner. Ich kann hier das Auto permitlageln. 快 form. Hier dachten wir zusammen. moschb kritisch. Ich muss gleich noch ein paar Reise sein. Ich bin shocking. So blöde Züge, wie soll man das denn da schaffen, wenn er kaum einen guten Zug hat. Ich glaub das wird nix. Nö, müssen wir nochmal versuchen. Mit den Keksen ist das auch etwas hartnäckig, ne? Ich versau'n dir alles endlich ins Kekse. Soll ich das nicht hin. Bis zum nächsten Mal. Okay. Es ist gut, wenn die Bombe da reinkommen würde. Jetzt kriegt die gar nicht gerade da rein, weil ich die gerade echt gerne haben würde. Oh, einer ist da unten versteckt. Oh nein. Okay. Oh, das war gut. Das war sehr gut. Alle Ziele reicht. Juhu. Zipping. Gut gemacht. Ja. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Das ist gut. So, jetzt können wir mit dem neuen Tag anfangen. Mama ist krass, sie hat mich immer verstanden. Zusammen reden wird das. Ja, wenn ihr das zusammen rettet, warum nicht? Ein neuer Tag. Yay. Guten Morgen, Sabine. Ich gehe über einen guten Nachtschlaf zu Hause. So gerutsam. Ich habe geträumt, ich war in Paris, Notre Dame. Das ist geläuterte Glocken. Glocken? Moment, das klingen. Wer fliegt sich, muss ich schnell fertig machen. Wo ist mein Hemd? So kann ich doch keine Gäste begrüßen. Okay, wer ist denn da? Was ist das denn? Eine junge Dame. Kekse und Riese. Oje, das ist hot. Fien, das ist Kekse. Wo sind die Niederifilung, das ist Kekse. Oje, das hat ja funktioniert. Hmm. Ach, die kommen nebenbei einfach irgendwo raus, die gehe ich so, okay. Ach, schalack, ey, die Seite, wo die... So... Das sah ja cool aus. Disco mit den Teilen. Ist ja Hammer. Hab ich jetzt nicht gedacht, dass das bis... Das lief ja super. Das hat Spaß gemacht. Die hat ne Katze. Begrüße den Gast. Da bin ich gespannt. Wenn wir jemanden kennen. Ein echter Butler sieht stets wie geleckt aus. Komm mal rein. Es tut mir leid, dass ich dich habe. Warten. Was? Katharina? Bist du das wirklich? Was für eine Barrage. Und dich habe ich ja seit der Schule nicht mehr gesehen. Du hast dich kein bisschen verändert. Oh, und ich habe euch einen Kater gefunden. Ja. So ist das Moment. Unser Kater? Wir haben gar keinen Kater. Nicht euer Kater? Hm. Dann muss das wohl ein Streuner sein. Rufen wir das Diamant an. Vielleicht hat er sich verlaufen. Wir können ihn nicht alleine lassen. Das wäre ja ein bisschen auch komisch, ne? Aber auch ein Papagei. Und der Kater wird sich freuen. Hm. Direkt auf den Anruf beantwortet. Die Heimleitung kommt wohl morgen wieder. Ach, Augustin. Augustin. Kann ich die Katze bis morgen bei dir lassen? Ich würde sie ja mit nach Hause nehmen. Aber Mama mag keine Katzen. Du hast dich wohl auch nicht verändert, Katharina. Fürsorglich wie eh und je nach. Ach gut, die Katze kann bleiben. Ich gebe ihr auch Leckerli, damit sie nicht benimmt. Sich benimmt. Augustin. Du bist der Beste, wenn ich nicht so viel zu tun hätte. Ich würde mir gerne weiter mit ihr unterhalten, aber ich bin spät dran. Oh. Ist das nicht was für ihn? Meine Frau. Ihr müsst es gerade zu sehen. Will ich jetzt sagen. So. Oh nein, noch mit Kartons. Oh nein, nicht die Kartons. Das ist eine Katastrophe. Hm. Gute Frage. Oh nein, noch mit. Ist unten. Pst, pst. Aber nur der Glück. Man weiß echt nicht, welche man nehmen soll. Die Sachen. Aber nicht so viel. Ausfallart. Verdammt, ja. Verdammt, ja. Ich kauze. Das ist so cool aus. Das ist ja blöd. Ein schwerer Level steht sogar noch dahin dran. Na juhu. Ich will das Level nochmal gerne. Ich will das Level. 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 Das sieht nicht gut aus. Leider aber wahr. Ich will das Level. Ich will das Level. Ich will das Level. Ich will das Level. Leider muss das Level. H preventives. Wenn dasFormster wäre. Ah, dieser doppelten Karton, die können schon nerven. Du kriegst echt schon eine Krise. Ähm, ja. So. Das sind die zwei Donuts, die noch runter müssen und dann muss ich noch... ...dann fällt. So, das war gut. Boah, wie viel Geld. Sehr schön. Sehr gut. So, wo ist die Gitzgen? Gitzgen Hunger? Schau dir die Katzenlecker hier an, Sabi. Auf der Packung steht jetzt 20% Leckere. Wer steht da wohl fest? Was ist denn die Katze? Katze, Katze, hier gibt's Butter. Butter. Da ist schon wieder abgehauen. Aussehen, du hast dir einen Kater zugegeben, der sich dabei schaust. Wie lautet sein Name? Ich habe mir noch keinen Namen für ihn überlegt. Katrin hat ihn in der Nähe gefunden. Katrin hat ihn in der Nähe gefunden und mich gebeten, eine Zeit lang auf ihn aufzupassen. Also er ist ein wilder Katze. Wilde Tiere sollten im Wald leben oder in der Savanne oder wo auch immer wild Katzen leben. Mama, er ist bloß heimlos. Keine Sorge. Ich rufe beim Tierheim an und bitte dort, dass man ihn am Heim findet. Und er sieht gepflegt aus. Ich dachte, wir sprechen über einen Tiger hier, oder was? Aber sie erinnerst du die Mutter. Wer nennt den Kater? Wir haben jetzt eine Katze, sie liebt es bei Aufhumbe. Schauwädel hinterher zu jagen. Ein Einzelbeginn kann sein Leben für immer verändern. Ist das so etwas schon, was passiert? Ich finde sie bestimmt toll. Hey, ich wollte da noch was lesen. Besser ist ja ein Gartenkurs. Ich habe einen süßen Kätzchen gefunden. Sie ist grauflausch und gefleht. Wie suchen wir denn den Besitzer? Sehr schön. Ich sage mal bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye.